So, Jörg Mensch, Sechzeichen, willkommen hier bei Toprun. So, im Letztes 4 Spiel wird da angezockt. Tja, ist halt hier ein Dorschweg-Laufspiel. So, mal zu dem Hund dabei. Abends zu wechseln die sich halt auch ab. Ein Bonus-Game ist dann quasi immer der Hund dabei. So, da kann man hier noch Kostüme und so ein Kram kaufen, sonstigen Kram schießen, kann man ab und zu springen. Pixels einsammeln. Ja, Gegner niederstrecken. Springen. Und das war doch schon, quasi. Na. So, das heißt jetzt hier 5 Minuten mal. So, dann sieht man auch immer, was man immer zu tun hat. Die Liste verändert sich auch immer. Also, das verändert sich zweimal, was abgeschlossen hat, kommt ein nächstes dazu. Es gibt immer 3 Haupt-Neben-Aufgaben, die man hat. Und man hat quasi wie jetzt hier Gegenstände einsammeln oder sonstiges. Das wollten wir mal hier wie jetzt. So, das war das 1 der Liste. Das kriegt man halt für extra Punkte und dann kommt ein nächstes dabei. Und geht dann halt so die ganze Zeit so weiter. Ja. 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 Gut für Platinen zu kriegen. Ja. Muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr machen, als nur 10 Stunden investieren. Denk schon mal. Das ist nicht. Denk schon mal. Denk schon wie wir von nicht machen. Ja. So. Das ist so vornladen. Okay. Okay. Ja. Ganz okay. Na gut, was soll man sagen. Tja. Kommt jetzt für anderthalb Euro. Okay. Gut. Sonst 10 Euro, 10 Euro kostet. Die Hedge dafür nicht ausgegeben. Ja. Das war's nicht so. Ganz okay. Kann nichts sagen. So. Na ja. So hat war's hier. Könnt ihr euch gerne den Rest vom Video angucken. So. Und dann. Ja. Sag ich auch mal. Ja. Ja. Man muss noch mehr und Meter laufen. Sonstigen Kram. Sachen einsammeln. Gegner kaputt machen. Für die Anstrophäen. Das dauert halt die Ewigkeit. Ja. Äh. Genug davon. Die Kostüme. Ja. So. Hey. Kostüme sind cool. Ist wahrscheinlich der Beste im ganzen Spiel. Ja. Umlaufen. Irgendwann nervt. Ja. Das ist meine Meinung. Ja. Na gut. Dann schluss machen wir schon. Schönen Abend. Und bis nächstes mal ein Schiss hier. Warte ich mit. Gäste. Ja. Let's go! Now we're talking! Let's go! What's your damage? Ow! Let's go! Let's go! What's that? What's that? Keep my sword in total annihilation! Let's go! 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 See you! Let's go! Whoa! Ho! Untertitelung des ZDF, 2020